Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Naja, ganz so leicht ist es nicht, aber mit meinen Tipps und Anregungen fällt euch der Haushalt ganz sicher leichter. Wir binden jetzt eine Krawatte und dazu legen wir die Krawatte so um den Hals, dass das breite Ende über die linke Schulter schaut und das schmale Ende über die rechte Schulter. Das schmale Ende ist circa ein Drittel kürzer als das breite Ende. Dann nehmen wir das breite Ende, legen es über das schmale Ende kreuz drüber, gehen unten durch und legen das über den linken Halskragen nach unten wieder, dann von vorne über diese Schnittstelle und dann nach oben durch und schieben das breite Ende durch den so entstandenen Knoten nach unten und ziehen das Ganze nach oben und fertig ist unsere Krawatte. Vielen Dank.